In der weiteren Folge Volker 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 Mr. Vandarion mit meinem Mönch Gehen nach oben Make it all So und jetzt Dann machen wir sie das Lachen 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 So, dann haben wir hier. Wir starten hier. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2017 Die nächste Runde geht auf mich. Willkommen. 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 Komm schon Onkel Chen, worauf warten wir? So. Dann, wir schauen schon, dass wir zu Unschluss wurden. Wir brauchen den Treffer. Wir brauchen den Treffer. Wir brauchen den Treffer. Wir brauchen den Treffer. Willkommen. Wir . Bisschen Tage Mai. Ich muss näher heran. Das ist zu weit entfernt. Noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite, ich muss näher heran, das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite, das ist zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Ich muss näher heran, das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite, ich muss näher heran. 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 Ich bin außer Reichweite. Ich kann das noch nicht tun. Ich brauche ein Ziel. Ich würde nur einen Teil haben. Ich sage mal, das ist ja klar. Ich werde mich nicht mehr sagen. Ich kann das nicht halbieren jetzt noch nicht mehr, oder? Scheiße, ich kann das auch nicht mehr sagen, aber... ...hier doch nicht mehr. Alter, raus hier! Aber da muss man... ...wann? Vielleicht... ...weil kann man mal... ...dann wir mal den Schuss auf den Schuss... ...dann wir auch den Schuss auf den Schuss... Ich bin außer Reichweite und kann das noch nicht tun, noch nicht bereit, und kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit, das lädt immer noch auf. Das ist zu weit entfernt, ich bin nicht bereit. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Ich muss näher heran. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Ich bin außer Reichweite. Noch nicht bereit. Ich muss näher heran. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit, die ich anders noch nicht tun. Noch nicht bereit, die ich anders noch nicht tun. Ich muss näher heran. Ich kann diesen Zauber noch nicht machen. Ich kann diesen Zauber noch nicht nehmen. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. ich kann das noch nicht tun diese Tätigkeit ist noch nicht bereit hab ich schon noch nicht bereit ich kann das noch nicht tun noch nicht bereit der Zauber ist noch nicht bereit ich muss zuerst etwas anvisieren so jetzt können wir uns um die Rechte zu kommen zuerst jetzt ich bin wir sind hier ich bin hier ich bin hier 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 Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Diese Ehrigkeit ist noch nicht verstanden. Noch nicht verstanden. Ich bin außer Reichweite. Ich kann das noch nicht tun. Das lädt immer noch aus. Noch nicht verstanden. Diese Ehrigkeit ist noch nicht verstanden. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht verstanden. Ich bin außer Reichweite. Das lädt immer noch auf. Diese Ehrigkeit ist noch nicht verstanden. Noch nicht verstanden. Ich dachte, die Zauber noch nicht verstanden. So, nach oben war es so. Da weint man, dass jemand das Gehirn geführt hat. Ich bin außer Reichweite. 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 Das ist zu weit entfernt. Ich kann das noch nicht tun. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Wir mal auf parauren. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe zu wenig Energie. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe keine Grenzen. Das lädt immer noch auf. Ich nehme die Schulter ab, aber ich habe immer so einen gewenderen Ballot nicht mehr. Ich bin außerreich weiter. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht bereit. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann diesen Zauber noch verwirken. Ja, die ist ja nicht schockiert. Ich kann das noch nicht tun. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, wunderbar. Ich bin außerreich. Ich kann das noch nicht verstehen. Ich muss zuerst das letzte Mal. Ich glaube, es ist ein... ...ein Leidbereitskampf der Fähigkeit. Ja, ich bin bereit. Ich bin klar. 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 Dann können wir das mal wieder aufgeben. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wenn wir ein bisschen warten, dann können wir ein paar bleiben. Dann können wir ein bisschen warten. Dann können wir ein bisschen warten. Und dann gehen wir da die Abflugschlüsse. Seid gegrüßt. Keine Eile. So. Möge die Jahresschlange euch leiden. So. Hm. Hm. Jetzt sind wir endlich in der Heimat unserer Vorfahren. Zum ersten Mal in unserem Leben. Und du willst auf einer Schweinefarm Rast machen? Geduld. Wenn wir Phandaria zu schnell erkunden, wird uns bald das Phandaria zum Erkunden ausgeht. Das ergibt kaum Sinn. Sag das nur, weil du einfach... Ja. 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 Ja... Oh. Ich bin außer Reitweite, es ist zu weit entfernt, ich muss näher heran. Vielleicht haben wir die Verlösen mit dem Nordkampf zu holen. Dann haben wir dann mal wieder da. Wir haben dann gleich wieder den Nordkampf zu holen. Die Tür gehe ich seit dem Nordkampf zu holen. Ich glaube, ich sollte mal aus der Gerühe aufstehen, habe ich die Vermögen. Unser Heiler geht schon mal vor. Wieso auch immer. Vielleicht macht er den Botter jetzt, das sieht man allein. Dann gehen wir mal rein. Immer mal rein. Natürlich. Ich brauche den Botter, Ich brauche den Botter, شliere Beide. Ich brauche den Botter, Schwierig. Dann habe ich den Botter, Ich brauche den Botter, Und zwar. Das geht an was anderes. Ein sympathisches haben wir jetzt. Der Heiler, der blieb da in der Prühe und sagt, ist das jetzt zu Ende oder auch nach der Rückflucht? Ja, super. Ich bin jetzt so intrapatt hier. Macht er das? Machen die das extra? Wenn einer sich die Videos hier anguckt und das hier nicht noch macht, dann würde ich den Reifen das nicht zu kriegen, das kann ich noch mal. Ich bin das extra, wenn du hier ein kleines Heiler hast. Dein Tag, der ist da nicht so viel. Ja, das ist jetzt so viel. Das ist die Aufmerksamkeit. Da haben wir es noch nicht mehr als der Reifen noch ein. Das ist immer noch ein kleines Heiler. Ich muss näher heran, noch liegt bereit, ich kann das noch nicht tun, ich kann diesen Zauber noch nicht wirken, diese Fähigkeit ist noch nicht bereit, ich kann das noch nicht tun. Ich muss näher heran, noch liegt bereit, sie ist noch nicht bereit, ich kann das noch nicht tun, nur das Unverneidliche. Der Heiler hat sich in den Roller reingesogen, dann werden wir in den Plotten gesehen. Was soll ich denn sehen? So sieht es aus, wie es hier macht. Wenn man das dann macht, dann muss man dann noch rauskürzen, oder wieder wegkürzen. Ich habe die Schweren hier nicht ausgeworfen, sondern ich kann die Beweinung sein. Einer bräuchte mir jetzt, wenn man reingehen sollte, wenn man mal ab und her auf Level 90 Kiss getränkt wird leider nicht sehr viel, wurde abgelehnt für diese Offline. Vielen Dank. 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 Ciao. Ciao. Ciao.